Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, nachdem wir ja so erfolgreich Spinnen gejagt haben in der letzten Folge, würde ich sagen, gehen wir heute mal wieder zum Wasser. Wir brauchen ja zum Reparieren der Rüstung immer wieder... Oh, reparieren. Bärenleder. Ja gut, haben wir noch genug. Also das brauchen wir heute nicht machen. So, das habe ich. Oh, die muss ich noch entleeren. Hier kommt hier rein. Und dann die letzten beiden nochmal da reintun und dann noch sechs von denen. So. Die immer laufen, wenn es geht. Und der noch. So, hier kommen nochmal die drauf. Perfekt. Essen. Äh, ja. Da. Können, verbrauchen wir den auch noch. Und... Dann brauche ich nochmal drei von denen. Eins. Drei. Eins, zwei, drei. Was macht der da? Breakdance? Hihihi. Na ja, jetzt sitzen sie wieder hier oben. Schon salzsam. Hier liegt aber doch kein Pilz drin, oder? Nein. Außen auch nicht. Gut. Gut, gut, gut. Dann grillen wir schnell noch unsere... Da steht immer noch Wiebel. Nashornkäfer. Nein, Rüsselkäfer. Die grillen wir noch schnell. Schaufelgetränk. Okay, packe ich jetzt mal zur Schaufel. Da ich ja auch immer sehe, ob die voll sind oder nicht. Das wird als nächstes gegessen. Das muss dann eigentlich dahin. Das habe ich mir aufgehoben, weil... Auch unter Wasser dieses Ding. Ich muss also erst Schiff Seegras... Seegrasfaser farmen. Und dann kann ich mir Fackeln machen. Und dann können wir gucken, ob wir vielleicht ein bisschen tiefer kommen. Im Wasser. Was ja in der Folge verloren gegangen ist, die ich da gemacht hatte. Aber naja. Da hinten denke ich auch noch, oder? So, super. Okay. Hm. Dann wieder zum Wasser. Auf zum Wasser. Hm. Ich weiß nicht, nur immer, wo diese Spinne herkommt, die hier ständig durchs Lager läuft. Kann man ja jetzt... Egal sein, aber... Ich frage mich das trotzdem. Na, schon wieder die Viecher. Ich mag die nicht. Ja, 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 ja. Alles klar. Lasst mich in Ruhe. Sonst klopfe ich euch kaputt. So. Ab zum Wasser. Ab zum Wasser. Essen und trinken. Ja, genau. Das war das. Ich hatte hier nämlich schon etwas vorbereitet. Jetzt habe ich Quarzit und Seil vergessen. Oh, Mann. Oh, Mann. Egal. Seegras. 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 Schauen wir mal. Wo gibt es denn hier Seegras, wo ich nicht so tief tauchen muss? Hier am Rand. Da so. Ist doch Seegras, oder nicht? Ich versuche mal das zuerst mit dem. Wo ist das hier? Uu, 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 uu. U2, 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 u2. So, hoch. Schnell, schnell, schnell. Blöme, er. so wie viel sinkeres fordern hammer das ist doch schon gar nie nicht übel muss natürlich welche überlassen naja geht nur unten oder ich muss hoch ich kann dich jetzt nicht bekämpfen ich muss hoch vielleicht hätte ich ja mal mein spawn point da hinten hinsetzen sollen das wäre vielleicht eine idee gewesen es war jetzt schon super knapp ok dann machen wir dann so ok war ich denn da ihr fackel bauen die rosen wachsen ja das war jetzt mal wieder klar wo ist er näher da oder da da gibt es hier seerosenwachs hallo habt ihr hier seerosenwachs gesehen da ist was ja schon supi dupi somit hätte ich den deutsch gar nicht bauen müssen oder ist ja gut zu wissen seerosenwachs smoothie küche habe ich jetzt nicht hier können wir dann überhaupt noch was bauen was denn neu hier ist gar nichts neu hier melden hut ich sehe nichts doch doch flipflop flipflop flossen ruderwanzen bräuchte ich noch dazu aber ich müsste jetzt zuerst mal das analysieren gehen wo war dann hier der nächste analysator und bürgeln wenn nichts geht gehen wir zum bürgel ja können wir uns auch gleich noch mal neuen auftragen nehmen perfekt so okay töte laufer hätte ich das vorher gehabt so siegras analysieren was kriegen wir denn da schönes aha das war das nämlich herstellen müsste doch oben da hier zwei seile auch das ist jetzt ärgerlich das ist jetzt super ärgerlich da müssen wir ja nach hause was seile kriege ich hier nirgends her hier finde ich ja nur spinnen aber keine seile sag ja jump and run boing boing oh ich hoffe nur dass beim nächsten update nicht die ganze karte verändert wird ich finde mich mittlerweile so gut hier aus also ich kenne mich gut aus ich finde mich so gut zurecht dass ich das echt vermissen würde ne so schnell zurück wie viel Uhr haben wir denn 11 Uhr hm reicht das noch aus um runter zu tauchen ich würde ja eher sagen ähm jein aber eher nicht ne hm eher nicht ähm so hier kann man das aber bauen oder rüstung kiemenrohr herstellen sehr schön das war das andere klippflopflossen ach ja da muss ich noch ein Wanzen jagen Wanzen jagen ok ähm ja 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 ähm gibt's hier eigentlich bei ne da sieht man das ne Rezepte ähm 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 heckenmeister felsenpelz ne da ist nix für was da tauchen oder mhm ne nicht wirklich Gasschutz maximale Gesundheit äh trinken Schleppkapazität hätte ich hier noch auch mal nur Ameisen Sachen Hätte ich hier immer nicht fertig so das haben wir fertig 12 uhr 6 hm hm ja gute Frage das kann man ja abladen hier können wir ähm ja oder was die Laterne wo sich da noch basteln oder wo war denn die ja wenn man gleich zwei her sicher ist sicher so das war's dann mit meinen Seger Seedingsbums ja das war's dann soweit ne kacke da müsste ich nochmal neu farmen gehen aber ich kann ihn nochmal zurückpacken zwei Laternen habe ich der Seerosenwachs kann ich ja auch äh nochmal hier irgendwo hinpacken wenn ich weiß wo es war hier war nix kommt es hier rein zack direkt daneben das ist zum Anziehen kommt dann hier hin und ja jaha gut haben wir die da hin Ersatz Essen 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 und Essen Okay Normale Fackel Fackel Die Gras Können wir auch hier reinpacken vielleicht brauchen wir es hier ja nochmal so mhm da müssen wir halt dann nochmal morgen hingehen so sieht's aus gehen wir morgen nochmal dahin mhm das noch das kann weg so zwei drei vier öh vier fünf sechs sieben und acht Seile basteln ups so wenn ich das jetzt esse essbar und trinkbar jetzt passiert folgendes verbrauchen hier Essen und trinken aufgefüllt perfekt ich wollte das ausprobieren hier wenn ich es trockne ob es dann genauso ist bastle Taureausrüstung um in die Tiefen des Teichs vorzustoßen ja das machen wir das machen wir aber heute nicht mehr dann bauen wir uns ähm ne die betriebs die beliebt die gibt da so n ding warum uns gleich hier oben hin euch kiesel trocken und sein nicht trockenes gras gab es hier ist das trockene gras dann kiesel und seile seile weil er haben war die brauche ich für die stänge lager ja ja so stänge lager stänge lager kommt dann auch hier hin noch zwei sprust länge die herumliegen und kiesel und hier noch kiesel 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 sammeln wir mal kiesel wir waren doch auch immer kiesel ja genau hier zwei mal fünf ist das richtig ich hab's vergessen 7 haben schon diesel 8 9 10 kein bock weg was mich einfach in ruhe so dahin dahin nach fünf war doch richtig ne die 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 ich vielleicht von 5Ne dann bereiten wir hier schon mal irgendwie alles vor damit wir später auch gut bauen können so zwei noch drei dann hätten wir das schon mal so dann hatte ich da hinten noch stänge rumliegen 1 2 3 4 5 einen gab es da hinten noch so richtig so ich hoffe es doch dann liegt einer auch mal den noch zwei hol ich mir gleich auch noch die hier können wir auch mit 2 gehen wir erst die zuerst die anderen holen und sobald der tag anbricht geht es dann wieder richtung seh so ich habe noch drei kiesel über schmeiße ich gehe hier hin so die seile kommen aber wieder zurück oder baue ich noch mehr lager sollte jetzt mal reichen wir haben 16 uhr 38 ok dann habe ich gras hacker vielleicht am start ich habe noch gar nicht genug gras gehackt also hier muss alles weg alles so wenn ich hier rüber will muss das hier alles auch weg das muss weg das müsste weg das muss weg so und die sollte ich wenn möglich immer aufsammeln weil die wachsen ja später nicht mehr nach jetzt wo ich den stumpf abgehackt habe so passt nichts mehr drauf oder ja einen noch ok was ist die daten hof gut so aber vielleicht sollte ich wirklich noch ein paar mehr bauen vielleicht noch so ein stänge lager dahin und vielleicht noch so ein platten lager ja vielleicht nicht gerade in weg und günstig hier und da meine steine wieder aufheben so weil und steine 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 aus den steine habe ich noch welche steine im lager steine hier liegen ja auch immer welche rum steine pauschal würde ich sagen hier sind keine drin wie noch zwei kann man alles gebrauchen auf die uhr geguckt paar minütchen gehen noch so sagt voll sagt fertig ja prima wo ich hier noch sprösslinge trockenes gras und kiesel und schon wieder seile sprösslinge trockenes gras und kiesel da ist noch trockenes gras brösslinge trockenes gras und kiesel hier lang brösslinge sammeln reicht noch nicht noch zwei sprösslinge so ich habe mich verirrt ich habe mich verirrt da oben ist ein apfel wäsch weg alter also ich glaube euch nächstens kaputt wie ich das abbaue das macht ja so gar keinen sinn hallo hallo möchte ja durch unfassbar noch ein kiesel einen einzelnen kiesel den ich doch sogar gesehen habe und nicht aufgehoben habe muss es jetzt wirklich am kiesel scheitern und zwei seile und dann ist aber schluss freude zwei seile ich glaube das war so und dann ein kiesel einen kiesel hier halt voll zahl ja was das haben wir ja wieder super hingekriegt zack prima so jetzt geht es nach hause und dann würde ich sagen das war es für heute ein bisschen gebaut ein bisschen wasser geplanscht war doch okay gut dann macht es gut und bis morgen tschüss uns dann dann Untertitelung des ZDF, 2020